Ich bin der Michael, 36 Jahre. Was ich arbeite? Callcenter. Nicht gerade der spannendste Job. Aber das macht nichts. Zuhause geht's dann ab ins Netz und da zocke ich dann. Manchmal auch die ganze Nacht. Michael erkrankt noch im gleichen Jahr an Diabetes. Er wird erblinden. Ich bin der Franz. Ich bin 44. Wenn ich von der Baustelle heimkomme, dann gehe ich immer noch in die Wirtschaft. Was gibt's Besseres als ein Papier am Feierabend? Naja, und ein, zwei Stamperl, die schaden doch auch nicht. Franz hat durch eine Leberzirrhose Krampfadern in der Speiseröhre. Am Wochenende kommt es zu Blutungen, die er nicht überlebt. Ich bin der Thorsten. Ich werde morgen 52. Mein Job ist echt stressig. Da brauche ich ab und zu mal eine Zigarette. Rauchen? Relaxt mich einfach. Klar, ich passe auf, dass es nicht zu viel wird. Eine Schachtel am Tag. Mehr nicht. Thorsten wird zwar morgen 52, aber er hat Lungenkrebs in fortgeschrittenem Stadium. Seine Strahlentherapie beginnt nächsten Freitag. Es kann auch anders laufen. Auf geht's Männer in ein gesundes Leben.